Hast du einen Kackbeutel dabei? Egal, mach. Hallo, mein Name ist Sascha, ich bin 21 Jahre alt und ich kann nicht flirten, aber ich hab dir einen Döner mitgebracht. Was ist auf den Döner drauf? Alles. Und auch Käse? Natürlich. Welche Soßen? Das weiß ich grad gar nicht. Ist das scharf? Ja. Gut. Soll ich den auspacken? Am Ende ist der Scheiß drin wie bei Knossi, Digga. Sieht er gut aus? Nicht so gut wie du. Du siehst doch ein bisschen aus wie eine Praline, ne? Wieso? Wegen dem Ding da. Ja, du kannst mich ja mal öffnen, wenn du magst.